zurück sind wir im labor wir schauen jetzt mal erstmal natürlich unser inventar so da hauen wir noch ein bisschen was rüber was haben wir den namen die munitionshalter für die flinte okay gut der rest sieht erstmal soweit schick aus das lassen wir so lassen wir so hier vorne haben wir noch ein kraut das sacken wir ein so dann wollen wir mal ich hoffe es wird nicht ganz so schlimm ja design ist auch wirklich es ist einfach geil man muss es einfach ganz klar sagen liebe entwickler geil wirklich er sieht geil aus ja wir haben keinen sicherheitsschlüssel und alles ist hier verriegelt und verrammelt bin ein bisschen erstaunt und dass sie alle noch ruhig rumliegen eigentlich nicht hier schon wieder bambule mäßig alle rumlofen die letzten zombies das ist doch so was fallen starte dänemark wahrscheinlich passiert hat auch erst oder die werden halt durch irgendein event erstmal getriggert oder und sowas was ist das hier müssen wir anscheinend eine pro stadt der impfstoff synthese die rohstoffe in die kammer synthese ich muss ihn selbst herstellen okay muss rausfinden wie ja noch fragen wir doch mal astrazineika so essay zur impfstoff synthese über die rolle von antigenen und adjuvantien in der impfstoff synthese dr nathaniel barth leitender forscher spencer memorial hospital für die effizienteste synthese eines impfstoffes sind sowohl ein antigen und ein adjuvanz erforderlich das antigen produziert eine immunreaktion während das adjuvanz die wirkung solcher reaktion verstärkt was zu einer erhöhten antikörper produktion führt indem man proben dieser beiden stoffe kombiniert kann man eine potente impfstoff basis herstellen indem man diese impfstoff basis mit unserer eigenen verarbeitungsanlage aufbereitet kann eine größere menge impfstoff verstaunlich leicht hergestellt werden darüber hinaus führt die verwendung meiner neuesten antigen adjuvanz proben zu beispiellosen raten der antikörper produktion so wird eine mehr als tausendfach höhere antikörper produktion als durch traditionelle stoffe erreicht dadurch ist die arznei nicht nur ein effektiver impfstoff sondern kann womöglich auch dazu eingesetzt werden bestehende infektionen zu beseitigen ja doch würde ich sagen haben wir damit gerade irgendwie so halbwegs den tipp bekommen wie wir uns vielleicht nemesis perspektivisch irgendwie vom hals halten sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt was haben wir denn hier sicherheitsschlüssel ein fahrt ein usb-stick jetzt bestimmt der jute noch mit 256 megabyte so ok kann ich jetzt hier durch ist er offen ja bringt mir auch nichts da ach du schon was denn da überall drin ach ja je ach ja je ach ja je so wahrscheinlich wird der kleine usb-stick mehrzeit wahrscheinlich hoffentlich irgendwie access geben hoffe ich ja wie gesagt die sind alle noch sehr inaktiv irgendwie die wird ich nicht überhaupt so hier kommt mir eine große fresse ey Isaac Graves Tagebuch Die Bezahlung war üppig, die Zusatzleistungen gut Und am wichtigsten, sie versprachen mir, dass ich einen Beitrag zur modernsten medizintechnischen Forschung leisten würde Für einen Universitätslehrer aus nirgendwo Amerika war das eine unglaubliche Chance Wie ein Gewinn im Lotto, also nahm ich an Ich überzeugte meine Familie und wir sind hier nach Recon City gezogen Nun, im Nachhinein weiß man es immer besser Dieses Labor ist eine Höhle von Monstern, die grausame und barbarische Experimente mit dem einzigen Zweck durchführen Menschliches Leben in der abscheulichsten Weise wie möglich zu nehmen Es ist krank und die Welt muss davon erfahren Aber jedes Mal, wenn ich mir genug Mut ansammle, um Alarm zu schlagen, muss ich an Penny und Chasey denken und krieg dann sofort kalte Füße Umbrella hat diese Stadt in der Tasche Es gab da diesen Typen, den sie dabei ertappten, wie er Firmgeheimnisse nach draußen schmuggelte Sie haben in der Regel recht an die Betas verfüttert Verfüttert Ich habe alles mit angesehen Ich habe meine Frau und Tochter damit reingezogen Ich muss nur meinen Job machen Nur machen, was sie mir sagen Ihret willen Aber dies soll ein Beleg dafür sein, dass ich ein Gewissen habe Und dass ich meine Lektion gelernt habe Ja, das ist natürlich Hast du deine Familie mit drin gezogen Da Ja, das ist kacke Man wisst halt nicht vorher, ne Irgendwie Ich meine, gut, wir reden hier von Umbrella Aber selbst die werden wahrscheinlich super Marketing haben Irgendwie Und das alles so verschleiern können Dass das halt keiner mitkriegt Irgendwie von draußen Wenn man sich da bewirbt Oder halt Und das verstehe ich nicht Warum Jedes Mal diese Maus Bakten hier Mesche Irgendwie Dann kommt was hier Und dann geschissen Graf's nicht So Ist jetzt hier Wird mir erst nicht zugehangen Ja, okay Wir haben jetzt Bringt sich jetzt irgendwas War vorne noch eine Tür Let's check the map Ich geh mal hin Und Sicherheitsschlüssel Hammer Zeig den Stick mit ihm Ich geh jetzt den Stick mit ihm Ach du verflöschig gemacht Was ist denn das? I ne I ne I ne I ne I ne Wo sind I ne Alter Oh Gott Oh Gott Wer seid ihr denn Ey Oh Pfui Dein Willow Scheiße Wo ist er? Wo ist er? Stirb Na das ist ja Tja Netter Haufen hier Die Versandbestätigung Fragt Nemesis Versandrude CDG JFK RC Versanddatum 1. September 1998 Versandkategorie Gefahrengut Klasse 1 Weitere Anmerkung Transit in die Vereinigten Staaten ist per Helikopter durchzuführen Lassen Sie beim Abheben und der Landung extrem die Vorsicht walten Ein Schock gegen das Paket kann unter Umständen zur Eigenaktivierung führen Wie hier in der europäischen Zweigstelle freuen uns schon drauf Ihre Meinung und Einschätzungen zu diesem neuesten Prototyp zu hören und sind erfreut Ihnen dieses Muster zu Testbecken zuzusenden Er wurde zahlreiche Tests unterzogen und verfügt über eine unglaubliche Zerstörungskraft Bitte lassen Sie bei einem Einsatz äußerste Vorsicht warten Leitner Entwickler Dr. Hermann Franke Dr. Hermann Frank Na ist ja super Der hat also Nermes ist zusammen geschraubt Na ich freue mich Danke Hermann War ja super was du da gemacht hast